Mann, hier war noch irgendwo ein Schlüssel. Komm, ein einziger. Na gut, dann eben nicht. Ein Schlüssel, dann kann ich einen Orbitalschlag machen. Scheiße. Scheiße, woher wusste der, dass ich da hinlaufe? Ich glaube es nicht. Kurz vorm Orbitalschlag bekomme ich dann so eine Granate. Da wurde einer umgebracht. Hast du das nicht gesehen? Boah, Alter, stirb, ey. Ja, da konnte ich nichts machen. 7-2. Dieser Code holt wieder auf. Hm, nicht gut. Alter, wenn ich den jetzt treffe? Mann, schade. Früher habe ich fast mit jeder Mine getroffen. Oh, wisst ich doch. Sitzung wird gewartet. Ja, ja, das kenne ich auch. Das Problem gibt es häufig. Jetzt wird aber alles wieder integralisiert. Das bedeutet schon mal, dass die Sitzung gleich fortgesetzt wird. Vor allem, wenn das jetzt alles verschwindet, kurz für einen Moment. Ja, geht doch. Also, jetzt geht es sofort weiter. Eventuell kann ich mich da nicht bewegen. Ey, du Pisser, du hast mich fast umgebracht. Hä? Scheiße. Bamm, geht doch. Nein. Wo ist der hin? Was? Das war mein Kill, du Pisser. Okay. Bäm. Nimm das. Bamm. Ja, Hospital-Schlag. Komm schon, ich treffe einen. Ja. Ja. Zwei habe ich getroffen. Das ist doch eigentlich relativ gut. Tja, damit hast du dich sichtbar gemacht. Und somit hast du null Kills und ich habe dich umgebracht. Ich brauche mal eine neue Waffe hier. Was ist das für eine? Ach du Scheiße, nein, nicht die. Scheiß drauf. Warte. Alter, alle sind hier verteilt. Wenn jetzt ein Orbital-Schlag kommt, dann ist da aber was los. Mann, ich sehe gar keinen. Wo sind die denn alle? Ich sehe keinen. Wo sind die? Wo sind die? Okay, irgendwie sehe ich keinen. Boah, ich hasse die Waffe jetzt. Ich brauche eine neue. Ich nehme mal die hier. Oh. Das ist mein Kill. Mann, das war doch mein Kill. Ah, warte mal. Hier war eine Waffe. Hallo. Ah, jetzt habe ich sie. So. Wow. Gerade noch so rüber gekommen. So. Mann, wo seid ihr denn alle? Freunde. Oh, ich hasse die Waffe, ey. Nein, ich habe die falsche getauscht. Mann, was? Das waren meine Punkte. Und der holt einfach die 40 raus. Komm schon, hier muss irgendwo eine Waffe liegen. Boah, scheiße. Ich habe nur eine Kack-Waffe hier. Also, ich glaube es nicht. Alter, wie? Ich mache keine Punkte mehr. Schon so lange nicht. Ich habe gerade ein Problem irgendwie. Ich brauche mal wieder eine vernünftige Waffe. Hier muss doch irgendwo eine Waffe liegen. Und ich sehe gar keinen Gegner mehr. Aber wirklich keinen mehr. Ah. Mann, 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 Mann. Mist. Scheiße. Zerfluftangriff. Erledigt alles. Aber ich montiere jetzt die Waffe ab. Jetzt reicht es mir. Jetzt nehme ich eben die, bis ich tot bin. Die ist zwar stark, aber... Was? Ich kann Zerfluftangriff anfordern? Nein! Ich bin abgerutscht. Oh Gott, nein! Toll, das Zerfluftangriff von mir bringt mir jetzt nichts mehr. Das ist nur noch eine Minute. Oh nein. Und ich bin damit nicht schnell. Naja, immerhin habe ich den noch umgebracht. 18. Was? Ich bin damit wieder Platz 1. Obwohl ich die ganze Zeit so einen Leerlauf hatte. Ich glaube es nicht. Ja, bring ihn um. Los, mein Zerfluftangriff. Ist das überhaupt meins? Mann, ey. Ist das gar nicht meins, oder was? Scheiße. Äh? Okay. Wo kam der jetzt schon wieder? Aber auf jeden Fall... Bin ich erster. Ne, doch nicht. Was? Das wird knapp. Mein Luftangriffsschiff hat noch nicht einen Treffer erlangt. Komm, ich muss noch einen abknallen. Ach, erster. Glaube ich. Geht doch. Perfekt. Damit bin ich erster. Und sogar die... Ich bin sogar... MVP-Sieger. 18-2 sind dann... Ach, Quatsch. 18-6. So, damit ist dieses Kapitel abgeschlossen. Und wir sehen uns dann zum Soforteinsatz. Das heißt, ohne Team, ganz alleine in den Kampf. Bis dann. Ja, ich bin... Was ist das? Ja, ich bin...